So, der Schilling meldet sich zur Welt von Heroes Zero, Server Nr. 10. Die neue Woche ist da, am Wochenende waren wieder ein paar Schurken am Start. Ich habe nicht allzu oft angreifen können, habe das ein bisschen über die App gemacht. Die Missionen waren auch leider... Okay, gerade redet man davon, schon taucht neue auf direkt im Video, dann ziehe ich mich mal um. Oh, Moment mal, naja, das werde ich nachher noch sehen. Der hatte doch mal... Alter, es ist 11 Uhr gerade und der hatte 130 Millionen oder so? Nicht im Ernst, packen wir niemals, oder? Keine Ahnung, naja, unter der Woche habe ich sowieso mehr Zeit für Energie und so Zeugs. Am Wochenende ist es immer eng, wenn Schurken sind, aber... Ja, das ist auch immer berechnet, das ist die dritte Zone. Und die Schurken, das wurde auch gefragt, jeder kann Schurken angreifen, wenn er in die entsprechende Zone kommt. Das heißt, wenn jetzt ein Schurker kommt, dieser Supernerdyo in Silicon Valley, dann kann den nur jeder ab Level XY angreifen, der eben schon nach Silicon Valley kann. Alle anderen sehen den Schurken dann gar nicht. Ja, und Heroes Zero denkt sich irgendwie, das ist die dritte Zone, da kann schon fast jeder hin. Dem geben wir einfach mal 130 Millionen. Das ist so eine, wo ich echt schon von vornherein aus Erfahrung sagen könnte, das wird nicht passieren. Schauen wir mal. Ich hole mir Heldentaten ab, denn da ist sehr viel passiert. Ich habe einfach irgendwas angenommen, ohne großartig die Zonen durchzublättern, manchmal sogar drei Minuten 800 XP. Wochenende, wie gesagt, da will ich einfach nur die Energie runterspielen. Und die Tees, die Trains, die Trainingseinheiten, zehn Tiger gefangen. Drei Punkte, sehr schön. So, mal diese Items ansehen. Das ist mal durch die Bank ein Schuss in den Ofen, aber auf der zweiten Seite wird es jetzt sehr schön. Das sind auch Dinge, für die ich noch keine Zeit hatte, mir das anzusehen. Alles am Wochenende passiert, erst mal durch einen Bandenkampf. Ja, schon wieder mal ein Watson. Als ob ich hier nicht schon genügend davon hätte. Egal, obwohl er gibt es richtig viel. Watson, soll ich den einlösen? Ich habe hier erst einen Watson. Ich zuerst hochgeäppelt in Deckung. Der hat nicht so schlimm hochgeäppelt, wie du mir, so ich dir. Ich weiß gar nicht, machen das manche Leute einfach Begleiter verkaufen? Ich löse den jetzt noch ein und wer da mehr Infos dazu hat, gerne her damit. So, und wieder den richtigen Ausrüsten. Charlie, ich weiß, du vermisst mich schon. Aber aktuell ist Popeltrend mein Favorite. Und bei den Schurken, die waren sehr großzügig, habe ich hier nämlich Wurfwaffen bekommen. Und zwar sehr gute sogar. Das heißt, da kann ich wieder ein bisschen mal hier Liga, da Duelle und jetzt die Items sind leider auch alle schlechter. Wegen meinen Sets, wegen meinen ganzen Sets. So, dann verkaufe ich das hier ab und zu reinschieben. Ah, was habe ich für ein Zeitgefühl? Auch am Wochenende beim Kochen. Ich sage so zu meiner Freundin, kannst du den Timer stellen? Sieben Minuten oder so. Und irgendwann dachte ich mir, verdammt, das müsste bald fertig sein. Ja, wie sieht es denn aus mit dem Timer? Zwei Sekunden später, ohne übertreiben, läutet der Timer. So. 120, das ist zu viel. Ich meine, gut, da können sehr viele Spiele rein, aber ein Level 50er kann doch bei dem nichts anrichten. Leute, ich greife nochmal an. Ich greife jetzt im Video die ganze Zeit an, aber ich habe hier auch noch. Kann ich mal machen. Der wird sowieso nicht fallen. Aber ein bisschen, man bekommt ja einen Trostpreis und am Anfang hießt es ja mehr. Also, was man pro Angriff bekommt. Deshalb, ja, man will sogar eine Stimme weg, wenn dieser seltsame Schurke hier, der Bomberman, so nervig ist. Ja, also zweimal Wurfwaffen, das ist sehr fein, aber die Wurfwaffen will ich immer hier vorne haben. Und dann hole ich mal neue Varee. Eine neue Varee für den Kopf und das hat einfach mal 20 Kondi mehr. Das ist Spitze und eine stylische Sonnenbrille für die Hitze. Was für ein Reim. Sehr, sehr fein. Und was hätte ich hier noch so im Angebot? Gut, das war es dann. Aber ein Item, ein neues, das reicht ja. Münzen mache ich aktuell bis zu den 10 Millionen. Sollte ich auch demnächst erreichen. Und dann würde ich mal sagen, schaue ich ins Wochenturnier. Ich habe leider richtig versagt. Also, XP-technisch bin ich da wahrscheinlich so. Ja, so wie letzte Woche. 1,1 Million. Und das ist... Ich habe aber nach 21 Uhr auch noch einige Missionen gemacht. 5 Donuts. Hey, nehme ich ganz gerne. Immer sogar. Zu jeder Zeit. Und im Wochenturnier bin ich aktuell... Ui, hei, hei. Warum denn? Warum denn? Ich dachte, da kommt man nicht mehr automatisch raus, wenn man nicht inaktiv wird. Also, wenn man... Wie war das? Keine Ahnung. Aber warum muss ich da jetzt per Hand erneut beitreten? Nervig, nervig, nervig. So, und jetzt kannst du dich mal hier aktualisieren. Hallo? Hallo, ich bin schon wieder. Bittich, bittich, hier bin ich. Naja, egal. Wird schon irgendwann aktualisiert werden. Genau. Hier auch jemand ohne... Das wollte ich gar nicht, aber egal. So. Immer schön bei der Liga reinschauen. Hätte ich nicht gedacht, ich... Bilde mir ein, in den Patch-Notes stand irgendwas und man kommt nicht mehr automatisch aus der Liga. Es sei denn... Irgendwas. Und dieses Irgendwas weiß ich eben nicht mehr. Also gut. So, Wochenturnier mal schauen, ob ich diese Woche ein bisschen mehr reinhaue. Das würde nämlich jetzt mit den Trophäen, die wir aktuell besitzen, wieder ein bisschen besser passen. 140, das heißt zwei extra. Da war in der letzten Woche, hatten wir immer so 100, 120 Mal dafür mehr Trainingseinheiten. Was zwar gut für den Charakter ist, aber nicht gut für das Wochenturnier. Also mal schauen. Aber die fünf Gratis-Donuts werden wie immer wahrscheinlich drin sein. So, und dann hätte ich eben noch das Achievement. Das kann ich mir auch abholen. Aber dann bitte nur mit anderem Begleiter. So. Und dann überlege ich mal... So, Ranglist. Ich wollte nämlich auch mal kurz schauen, wie es denn hier mit der Stufe aussieht. 38er Rang. Schön. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, weil ich so viele Wurfwaffen habe, kann ich einfach aus Spaß an der Freude... Und weil ich jetzt eben sowieso hier so ausgerüstet bin... Greifen da noch viele an. Ich bin Platz 15 schon. Egal. Noch einer ist drin. So, kann ich hier auch mal ein bisschen wieder in der Rangreifen. Und mal den inaktiven Ender-Golem. Okay, da bräuchte ich nicht mal welche. Aber ich hab sie. Wer hat, der hat, oder? Wer hat, der hat. Und der... Ach, hast du nicht mal eine Waffe drin? Oder was ist denn da jetzt los? Du hast... Doch, du hast den Haartrockner, aber eben ohne Team. Da sind die Boni ziemlich mager und mickrig. Aber ich will nicht immer hier Liga, sondern ich will beim Duell schnell schauen. So, das waren drei. Dann nochmal auf die... Genau, und dann hat man eben mal so ein Item. Das ist entweder besser, das Item, oder ich kann es verkaufen. Von daher macht man das immer. Dann könnte ich mir so einen rauspicken. Der hat keine Liga. Das heißt, der ist auch von den Stats her aktuell schwächer. Der hat sowieso nur so einen Booster. Aber trotzdem sind die alle in meiner Region. Heieiei, das regelt sich in, sagen wir mal, Shakes und Fidget ein bisschen automatischer. Wer da einen starken Charakter hat, der kommt mit der Zeit auch immer weiter nach oben. Auch wenn man selbst nicht so häufig angreift. Und nochmal was bekommen. Waren das jetzt zwei oder drei? Das waren zwei. Und das ist hier Nummer drei gegen Justin. So, und ich schaue mal wieder ein bisschen weiter rauf. Ich müsste mal nebenbei immer hier eine Null eingeben. Denn jetzt, ich entere die Top 100. Hier ist nochmal einer ohne Team. Und deshalb müsste mal die Charakterbeschreibung hier ändern. Der Kollege. Denn das ist wohl nicht mehr so ganz aktuell. So, und immer im Hinterkopf. Eventuell gibt es hier einen Gratis-Donut. Die sind aber mächtig selten. Jedoch besteht die Chance. So, dann rüste ich mal wieder. Welche waren die besten? Hier plus acht und zwei Items. Gut, die sind jetzt nicht besser. Aber ich kann sie jeweils für sieben bis acht K verscherbeln. Diese Mission ist dann auch bald fertig. Warte, jetzt müsste man mal hier so schauen, wie viele Leute online sind. Aber nur online sein heißt ja nicht, dass die auch die Schurken angreifen. Denn viele wissen, ich schaffe heute nicht. Deshalb mache ich lieber Energie und so. Naja, ist schade, was soll's. Man kann ja nicht alle Schurken schaffen. Ich schaue mal hier rein. 415 Anfragen übers Wochenende. Wieder mal sehr viel. Und die zweite Batterie mal wieder nicht angezeigt. Boah, denn wirft muss ich hier klicken, um ganz nach unten zu kommen. 400 Mal. Okay, das werde ich wohl nicht machen. Da ist einem aber auch bewusst, warum das so lange dauert. Bei 400 Leuten immer Maurice schreibt und löscht sich. Meldet ihr euch alle nur an, um mir zu schreiben mal? Okay. Hi. Swingersmiley. Bin ein größer Fan. Schaue deine Hero Zero Videos und finde die immer... Moment, sorry. Wir unterbrechen kurz für eine Sondersitzung. Dann geht's weiter. Schaue deine Hero Zero Videos und finde die immer mega. Du unterhältst mich immer hier noch ein paar Donuts. Und kannst du mein Team bewerten? Weil du mir so viele Donuts geschickt hast. Kann ich das kurz mal machen. Ja, ich würde sagen also, das Team ist unter den Top Ten. Es ist nicht das Beste, aber es ist auf jeden Fall schon eines der... Ach so, logisch. Du kannst ja kein Team haben, wenn du dich löscht. Aber gut, da bin ich drauf reingefallen. Joanna. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Hallo Video YouTuber. Hola, suya ovita. Esa o suya mafia. Marzio salve. Bravo. Bitte, bitte nicht schimpfen. Bitte nichts Böses. Ich hoffe, das heißt nichts Böses. Greetings to you, Joanna. Einladung ins Team. Hero Team. Ich werde annehmen. Was geht? Du machst unglaublich gute Videos. Spieletrend. Ich habe schon angefangen, deine Videos zu sehen. Vor zwei Jahren, wo du deine erste Folge Shakes and Fidget rausgebracht hast. Da muss ich dir mal sagen. Die habe ich vor vier Jahren rausgebracht. Naja, 2011 irgendwie so. Und wir haben 2015, also nicht ganz zwei Jahre. Aber dankeschön. Und was geht bei mir? Bei mir geht alles, was Beine hat. Meine Skillung. Und die Gegner. Sch-sch-sch-sch-sch-schurken. Der ist da leider schon... Naja, nicht leider. Der ist schon down. So, und Moment. Bevor ich es vergesse. Ich schaue wieder hier rein, dass ich sofort Bescheid weiß, wann der Angriff zu Ende ist. Pixel Wolf schreibt hier Frage. Frage, Rufzeichen. Warum sparst du Donuts? Das ist eine gute Frage. Naja, was meinst du? Ich spare sie. Ich gebe sie aus für die Booster. Hier 20 pro Woche. Und ab und zu überspringe ich am Ende, wenn ich im Wochenturnier gut dabei bin, noch eine Mission. Aber ich blättere jetzt hier nicht. Ich kaufe mir keine Items für Donuts. Ich erneuere meine Missionen nicht. Ich überspringe nicht die ganzen Trainingsanheiten. Ja, ich spare einfach Donuts, weil ich weiß, dass ich jede Woche 20 brauche. Und ich bekomme 5 durchs Wochenturnier und die Heldentaten werden auch immer weniger. Deshalb, wer vorausschauend denkt, kann hier ohne Donuts sehr, sehr, sehr lange Free-to-Play alles durch die Bank zocken. Deshalb mache ich das so, weil ich noch für uns gemeinsam, für die Zuseher herausfinden wollte. Weil auch sehr viele geschrieben haben so, ey, echt cool, dass du es probierst ohne Donuts. Und das wurde schon vorher mal vorgeschlagen, bevor ich das mit Server 10 begonnen habe. Mach doch mal ein Browser-Game ohne Premium. Ich würde gerne sehen, wie das denn so läuft. Und das ist gerade noch immer das Projekt. Das ziehe ich noch durch. Als Beweis. Hier der Held vom Erdbeerfeld. 490 Donuts vernascht. Ich habe nichts gekauft. Die sind alle einfach so kostenlos gekommen. Und genau. Ist zwar echt schon eine fette Anzahl, die man gratis bekommt. Aber ist nun mal so. Ich kann leider nicht schließen. Machst du zu. Ja, hier habe ich hier noch zwei. Das sind so in etwa 30 Donuts. 20, 25. Ich weiß nicht mehr so genau, wie viel die gekostet haben. Die Überraschungsboxen. 26. Das war viel Schaden, oder? So, jetzt kann man mal rechnen. 20 Minuten und 8 Millionen abgezogen. Dann weiß man, dass sich das nicht ausgehen wird. Dann sind das in einer Stunde 24 Millionen. Boah, das ist aber wenig. 8 Millionen mal 3. In einer Stunde 24 Millionen. Wenn echt alle so weit angreifen. Das heißt, in 3 Stunden hat der gerade mal die Hälfte. Und wenn schon vorher Leute sehen, der wird nichts, dann greift man eher nicht mehr an. Also, ich bin schon einer davon, von dieser Sorte, die sagen, einfach durchziehen und nicht schon vorher so rechnen, ob es möglich ist oder nicht. Aber meine Erfahrung auf dem Server, 120 Millionen um 11 Uhr. Niemals. Nie, niemals. Aber ich greife, wie gesagt, trotzdem an. Erstens, Heldentat. Zweitens, Trostpreis. So. Und dann, wo war ich stehen geblieben? Erstmal bleibe ich hier und erlese noch so ein, zwei vor. Boah, du brauchst Hilfe. Brauche ich dir mal ein paar Tipps von dir. Erstens, ich verliere so gut wie jeden Angriff in einer Mission. Was kann ich dagegen tun? Zweitens, könntest du dir mal meine Skillung angucken? Für Fehler bin ich immer offen. Also, du bist Level 42. Ich würde auf jeden Fall mal Wurfwaffen kaufen und sie bei den Duellen aber immer sparen. Bei Missionen verbrauchen sie sich nicht, bei Duellen schon. Dann. Ansonsten kann ich echt nicht meckern. Das passt so von der Aufteilung. Irgendwann, wenn es echt zu viel wird, kannst du das mal mit diesem Konditionsding versuchen. Also, so wie ich. Ich rüste mal kurz um, um das zu demonstrieren. Man braucht relativ viele, wenn nicht sogar fast alle Items mit Condi. Ganz wenig Kraft. Und die Waffe raus. Dann zieht sich der Kampf künstlich so in die Länge, dass man auch schwere Missionen fast zu 100% schaffen wird. Ist aber in deinem Level, würde ich sagen, vielleicht sogar noch zu früh. Musst du noch nicht beginnen. Einfach Augen zu und durch. Ich habe am Anfang auch sehr viel. Naja, stimmt gar nicht. So ein, zwei am Tag habe ich verloren. Aber je nachdem, wie man sehr viel definiert. So. Teamvorstellungen hatte ich heute noch nicht. Deshalb Kushida. Hey Schilling, wäre cool von dir, wenn du diese Nachricht im Video zeigst. Da unser Team, da unser Team, hattest gern noch Aktivspiele ab Level. Achso, das Team heißt, hattest gern. Aktive Spiele ab Level 100. Ausnahmen sind möglich mit einer schönen Bewerbung. Also legt ihr ins Zeug. Und 100% voll ausgebaut. Sehr schön. Das heißt, das ist ein Team, welches wieder voll durchstarten möchte. Das nenne ich doch mal eine Ansage. Level 100 bei hättest gern. Voll ausgebaut. Tatsache. Dann haut mal rein. Also da würde ich mich echt bewerben. Mit einer guten Bewerbung und nicht. Kann ich Team? Kann ich Team? Das ist, das ist, ich mache es mal ganz kurz vor. Und zwar als Antwort hierauf, ich schicke es nicht ab. Kann ich Team? Kann ich Team? Nö, so kommt ihr nicht in so ein voll ausgebautes Team. Das kann ich euch versprechen. Schön was schreiben. Wie lange zockt ihr schon? Welche Booster werdet ihr verwenden? Habt ihr schon auf anderen Servern gespielt? Das kann man alles dazu schreiben. Das gefällt einem Berater und Teamleiter auf jeden Fall. Und dann hättest gern. Einfach bei, Moment mal. Wer ist euer Ansprechpartner? Und zwar... Ja, der heißt sogar so. Entweder Koshida oder hättest... Hätteste gern. Hätteste gern. Ach. Hätteste gern. Mann, ey. Sorry, es ist früh und ihr lesen und so. Hätteste gern. So wird's geschrieben. Verstehe. Aber zu meiner Verteidigung... Hattest gern. Du hast es ja anders geschrieben, aber ist egal. Macht nichts. Kein Thema. So. Die Folge ist hiermit schon wieder am Ende angekommen. Dankeschön fürs Zusehen. Danke für die Nachrichten. Und ich würde sagen, es geht einfach... Beim nächsten Mal weiter. Whoa!